Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reagieren wir mal auf einen Minecraft Film, auf eine Animation und da wünsche ich euch viel Spaß. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Film, könnt ihr das hier in der Beschreibung unten abchecken, ebenfalls in meinem Instagram Account unten verlinkt. Und ja, lasst gerne ein Abo da, vergesst auch nicht ein Like da zu lassen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, dann hätte ich gesagt, wir legen sofort los und mal schauen wie es wird. Es gibt eine uralte Sage über Minecraft. Schon mal nice gemacht, heute kennt sie niemand mehr. Oh, was sind das, mein blöder Affe Kaste? Sie ist von... Als ob wir jetzt ein Opa Minecraft-Show oder war, äh, spielt aber schon nicht schlecht macht. Tausenden von Jahren verloren gegangen. Und was wird denn das noch heißen? Das ist Mini-Kraft. Das ist Mini-Kraft. Nice. Minecraft. Angeblich soll Minecraft tief im Weltall... Okay, er startet es. Million... Schon nice, Alter. Am Rande... ...des Universums... ...existieren. Alter, richtig nice gemacht. Also wirklich... Auch wie viel Mühe da drin steckt. Als ob Minecraft in real life existiert, da war er ja. Der quaderförmige Planet ist bewohnt von Steves. Ja, diese kleine Figurchen heißen Steve für Leute, die jetzt nicht wissen, was Steves sind. Halte Minecraft heißen die Figuren so. Sie werden durch die Gamer gesteuert. Auf jeden Fall sehr nice. Dieser Steve wartet schon seit dem großen Ur-Quest darauf, aktiviert zu werden. Er weiß... Ja, er wartet und wartet und wartet und jetzt kommt dann gleich der ähm... ...alte Mann, glaube ich, und steuert den. Ich weiß nicht, dass es heute soweit ist. Ha, hab ich doch gesagt. Ah, cool. Doch Freude ist er außer sich. Er freut sich. Doch der Gamer... Als ob der jetzt gerade einfach so mit der Hand die alle Tasten gleichzeitig drückt. Auf jeden Fall nice. Nima, empfacht ein Feuer. Tolle Sache. Tolle Sache, Feuer empfachen, tolle Sache. Nice. Zahlt er die Versicherung. Jetzt zahlt er die Versicherung auf jeden Fall richtig lol. Wow, Licht. Gut, Licht. Und der arme Steve wird umso mehr verachtet. Ha, du bist doch der nette Creeper. Außerdem... Bist du ein netter Creeper, also alles klar. Du bist der arme Steve. Alter, diese Explosion ist richtig nahe. Starke Qualen erleiden. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Dachte der Spieler gerade er könnte fliegen? Alles klar. Ja. Diese Tortur zieht sich sehr, sehr stark in die Länge. Junge, wenn der jetzt in die Lava reinspringt. Und was macht der mit dem Steve? Der quält den total. Also bitte. Letztlich verlässt der Gamer den Steve. Und? Alter, ich kann mir so richtig bildlich vorstellen, der tut ihn komplett die ganze Zeit so quälen, tut in Lava reinspringen, tut vielleicht tauchen und bis er halt irgendwie dann stirbt, aber das geht halt nicht in dem Spiel und ja, am Ende hört er dann einfach auf. Er ist erneut alleine. Doch dann geschieht ein Wunder. Jemand anderes verlinkt sich. Ein Letzplayer. Also der Letzplayer bin natürlich ich. Guck mal da mehr Glück haben. Und jetzt geht's los. Durch Gronkh wird der Steve zum berühmtesten aller Steves. Alles klar, nicht schlecht. Ich weiß, wir starten quasi im Nichts, nur auf dem Fleckchen Erde. Ist ja geil. Ich hab mal auf einer Insel gestartet. Der freut sich, weil er mitten auf einer Insel startet. Okay. Und verrichtet in tausenden von Letzplades Meisterwerke. Und da hinten ist Bambus. Ja, das ist ja allerliefer. Der freut sich ernsthaft, was da hinten Bambus ist. Na gut, ich weiß ja nicht, wie lange er schon Minecraft Letzplayed. Er ist täglich mit Freude im Einsatz. Wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung bei mir wie auch bei Vincent Eckart da. Vergesst auch nicht meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dass ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ja, Instagram und das Video sind unten verlinkt. Also schaut auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Und ja, jetzt seht ihr noch kurz, wer alles bei dem Film mitgeholfen hat. Tontechnik etc. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch kurz viel Spaß, dass ihr das noch alles seht. Und ja, dann hätte ich gesagt, ciao, haut rein, euer Actionboy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.